Was? Deine Schuhe. Wenn ihr Schuhe kaputt habt, jetzt hast du dann die Quark hier zugegeben. Wieso? Wenn sie was rein geht, dann wird das Ding zu machen. Ja, das ist jetzt nicht der Fall hier. Ups. Ja. Ja. Ein Salat. Ja. 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 Aber hier ist ein kleiner Traum. Ja. Ich muss damit deine Ja. 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 Darf man nicht, das ist die Setzung des Spiels. Ja. 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 Jürgen 있어요. Ja. So. Jetzt fischen sie weiter? Doch, hier sind jetzt k cm, in sü sı a lj s, mit der da ist k cm c m. Ja. 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 Hier sind jetzt gefangen, knit vor Cut, Ja, die Gleisen. Achso, die Gleisen. Ist das doch noch langweilen? Ja, aber ich glaube, es ist nicht so viel Befahrbar mehr. Da vorne ist Schluss sicher. Geht das auch viel weiter?